Wenn ihr mit rechts werfen wollt, in links nehmen, den anderen Arm zur Seite und unterm Arm erst mal Spiralen machen. Unterm Arm und danach müsst ihr das Band hier nehmen. Nicht zu hoch, eine Handbreite noch mal runter, hier nach oben zeigen. Erst mal nur das Greifen. Greifen, hier. Versucht, das restliche Band etwas vor euch zu halten. Damit, wenn der Band schon runter geht, nicht ins Band reinfliegt, sondern neben dem Band entlang leiten. Also von hier fest und fallen lassen. Hier neben. Nochmal. Spiralen, fest und runterfallen lassen. Und aus dem runterfallen lassen wird dann eine Ruhe. Das heißt, Spiralen, festhalten, fallen lassen, abwerfen. Am Abruf immer den Arm am Ohr halten. Spiralen, Spiralen, fest und runterfallen lassen, abwerfen. Noch ein bisschen schneller. Spiralen. Und runterfallen. Noch ein bisschen devenu Teufel-Pferen. BR 2018